Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Besucherinnen, liebe Besucher unseres Weihnachtsmarkts, ich vor allem liebe Eltern, Großeltern, liebe Kinder, es ist wunderbar, der Platz ist gefüllt. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg heute hierher gefunden haben. Zur Eröffnung natürlich unseres traditionellen Grönstädter Weihnachtsmarkts, aber auch überhaupt zur Eröffnung der Vorweihnachtszeit in unserer wunderbaren Stadt Grönstadt. Also herzlich willkommen. Musik Hallo, mein Name ist Elke Scholz. Ich bin die Abteilungsleiterin der Blaskapelle in Grönstadt. Wir machen schon viele Jahre auf dem Weihnachtsmarkt in Grönstadt mit und finden ihn einfach nur fantastisch. Er ist klein, gemütlich, aber sehr fein. Ich hoffe, es kommen sehr viele zu uns hier auf den Markt. Dankeschön und frohe Weihnachten. Musik Ich bin das erste Mal dieses Jahr da. Ich diene mit Crêpes und Waffeln. Lauft super. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist ein superschöner Weihnachtsmarkt. Ich bin sehr zufrieden. Der Antrag ist sehr groß. Ich hätte es nie gedacht. Es ist schön hier in Grönstadt auf dem Weihnachtsmarkt und ich bin beeindruckt, wie gut die heiße Schokolade geht. Musik Ja, hallo in die Runde. Wir sind die Sambuca Juniors. Wir sind seit elf Jahren jetzt schon hier auf dem Weihnachtsmarkt in Grönstadt und ich muss sagen, dass die neue Platzverteilung am Courier-Dessertplatz sehr positiv ist. Musik Wir sind dieses Jahr das erste Mal in Grönstadt mit unserem historischen Karussell, Baujahr 1951. Es hat uns sehr gut gefallen. Wetter war toll, Publikum war toll und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Musik Zum ersten Mal, wir sind hier im Grönstadtweihnachtsmarkt und haben wir Falafel und vegetarisches und veganes Essen und hat uns wirklich viel gefreut, hier zu sein. Hallo, ja, wir freuen uns, dass wir uns hier präsentieren durften auf dem Grönstadt der Weihnachtsmarkt. Wir freuen uns, dass das Wirtschaftsforum uns so gut unterstützt hat mit der Bereitstellung der Buden. Es ist ein schöner Weihnachtsmarkt und wir würden uns freuen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, so wie dieses Jahr mit diesem tollen Publikum. Musik Hallihallo, wie ihr seht, haben wir auch die Möglichkeit dafür bekommen, einen Stand hier zu ergattern und dank der Stadtverwaltung haben wir die Möglichkeit für unseren Abiball ein bisschen Spenden zu sammeln. Wir sind sehr froh, es ist sehr familiär hier und ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Musik Ich möchte mal dieses Management hier sehr loben. Wenn man hier ankommt, die Schirme stehen schon, alles ist picobello, also wirklich sehr gut gemacht und das Programm toll. Musik 105, bitte, Überraschung und natürlich den Nikolaus. Mach's gut, darf ich. Der Weihnachtsmarkt Grünstadt, dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight im Jahresverlauf. Der neue Platz, die Mischung der Anbieter, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich bin begeistert. Musik 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 Musik